Na hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Frischfleisch und für dieses Achievement müssen wir Bluthack im Theater der Schmerzen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir zwei Fleischbrocken mit weichklopfendes Schmettern weichgeklopft haben. Und das hört sich jetzt nicht so kompliziert an, ist es auch ehrlich gesagt nicht. Wir machen als erstes folgendes. Wir pullen den Boss. Wir ziehen in eine der beiden Ecken, wo diese Fleischbrocken liegen. Die sind übrigens diagonal gegenüberliegend. Einmal wenn ihr am Eingang reinkommt, dann liegt der erste Brocken links und dann hinten in der Ecke rechts liegt quasi ein Brocken. Und hier müsst ihr den Boss jetzt draufziehen und der macht alle paar Sekunden die Fähigkeit weichklopfende Schmettern. Und diese Fähigkeit muss diese Fleischbrocken treffen. Wenn diese Fleischbrocken getroffen werden, sind sie weichgeklopft und die verschwinden dann einfach. Heißt, wenn beide Fleischbrocken in den Ecken verschwunden sind, könnt ihr den Boss einfach ganz normal runterspielen, könnt dann auch CDs ziehen, umbrezeln, fertig. Mehr ist es tatsächlich nicht. Andere Spieler müssen da nicht rein, also das muss tatsächlich hier lediglich der Tank machen. Gut, das ist es eigentlich soweit bei dem Achievement. Wir hauen den Boss jetzt gerade noch um. Achievement ploppt auf. Und ja, damit verabschiede ich mich. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.